einfach kam es fast wie die tun wie die motoren marke aus detroit detroit aus detroit aus wert heute aus betreut es wurden super super besser gesagt ich habe auch kaum jeder woche noch an die hat auch nicht auch doch nicht also noch ein coming schon da bis hin jetzt ist hier der schweizte eröffnet wird Hallo, hier ist der Landvogt. Was sind denn alle? Ich stelle mir vor, mein Auge weg. Ich packe mir auch noch eine Mine hin. Oh, die hat es erledert. Der hat beide Minen ausgelöst. Das ist eine fette Sau. Er hat einen Scheißdach gehabt. Einfach einen Scheißdach gehabt. Du gehst spazieren und trittst auf zwei Minen. Was, ein Beschillster Tag? Der Tag ist schon mal am Arsch, ja? Ja, das ist doch gelaufen. Kannst nach Hause gehen. Ohne Beine. Kannst nach Hause robben. Kannst dir nach Hause Sack hüpfen. Ja. Das war so gemein. So gemein, dass ich gleich gestorben bin. Ich hab's gesehen. Ich wollte dich retten, aber... Ja, nee. Dann hast du mich gesehen. Oder gesehen, wer das war. Und dann dachte sie, ach komm. Ach! Lass mal abschießen. Ja. Danke. Das ist ja nicht Kameradschaft. Okay, die Chris Vector ist doch gar nicht so schlecht in dem Spiel. Die Chris Vector? Mhm. K-R-I-S-S-Vector. Mensch, das ist einer von uns. Du. Ja, ich hab auf den geschossen, der dann lag. du alt das bahnkämpfer was wenn ich dem hier mache irgendwie ist jetzt ziemlich wenig incoming das kann sich bei zwei minuten ziemlich schnell umreißen ich habe nichts gesagt hätte ich von nichts gesagt er kommt hier einfach die rennen alle rechts rum zum glück habe ich mein geschütz noch als unterstützen will ein gestütz also wir haben dabei danke muss man aufpassen dass ich nicht eine granate zu werfen das wäre immer kurz davor so eine körper wäre das körper mensch ist noch nicht so hat mir das genau ja das von comics komme ich heute nicht komme ich morgen ich darf ihn schießt wenn ich das nächste mal sterbe dann brauche ich auf jeden fall einen scharfschützen wäre das macht sich ideal als scharfschützen positioniert ja ok achtung einer I will catch a grenade for ya I will spawn shrub nails for ya I will spawn the shrub nails for ya Please give me a 12 goug, oh yeah Da können wir ein richtiges Lied draus machen Ja Wir sind halt Very Rockstars, kennt man doch Kennt man doch Das weiß man doch Na echt? Stefan Hm? Nicht mal Gott, ist das ein Dreck, ihr Laufen Ah! Warum schießt man in die Schütze nicht? Ach doch, ich schießt Stopp Wer weiß, wo es drin gestickt hat Ist der Schütze kaputt, was da steht? Äh, nope Das seh ich schon, ja Also, halt Oh, Granate Oh Ich wegfliege einfach Wie... Was? Wie bin ich hier hoch gekommen? Okay Nicht fragen Ich bleib mal hier Ich bleib mal hier So, was ist noch? Ne, Brian Ich bin hier oben hochgelitscht einfach Ich stand auf der Granate und war auf einmal weggekalkuliert Ich habe sehr wenig Munition Nicht laden Nicht laden No mercy Das war ein Gegner Was wärst du der, der vor mir steht? Das war ein Gegner Das wärst du der, der vor mir steht Darf ich das reparieren? Ja? Darf ich das? Darf ich das? Geht F zum aktivieren? Ich mein Nope F steht für Fuck Den Granate Den Granate Entschuldigung Au Okay, Klauer Das waren meine Shits Mit der Sache Eigentlich sollte ich die Eine Waffe nutzen um die zu exebutieren Geht vorab Bitte? Deine Waffe geht vorab, die ich hab Mach mal Das ist eine Fähne, eine Pistole oder was? Musst du mir eine Hammer sagen, wenn da Ja Geh mal bitte aus dem Schuss weit von dem Fenster Danke Sonst bist du weg vom Fenster Brrrt Das ist ungefähr ein Maschinengewehr nur als Pistole Also eine Maschinenpistole Ne, Maschinenpistole Verrückt Wie ist denn das möglich? Danke Ich hab keine Muni mehr, verdammt Nächste Muni ist meine Alter Alter Ich lade nach und hab nur noch 19 Neues So Das ist gerade für ein Sound NICHT NICHT Ich hab einen Hals Achso So Ah, drei Sekunden Hier Run him all Verdammt, hat der den Donner geklischt mein höchsten ist knapp keine details dazu bitte so ich mal ins menü weil sie die waffen also die pistole und ich kann jetzt dadurch dass ich den punkt habe jetzt auch letzte schuss das heißt wenn du stirbst und auf dem boden liegen kannst doch immer noch meine runde nur runde ping ping piff puff bingo 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 geil aus die pistole aber die belge mp und die high cap und verteidigung 2 ja natürlich trommelmagazin für maschinenpistole was soll ich versuche es mal bei der cross vecto so spiel suchen ich kann fähigkeiten 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 dass diese datenfähigkeiten ja verstehe ich habe drei und da sind so drei sternchen aber ich kann es nicht auswählen ja die sternchen sind dafür dass du mal im spielen rang hast was brauchst du die golden coins okay natürlich null davon war klar ich war vorhin ich war für den berühmischen ja da gibt es jetzt pure tea nennt sich das no gott schleichwerbung nein 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 das ist jetzt nur für dich gedacht mensch das ist nicht für die einfach sehr andere leute ich kaufe es mit der banane schwarzer tee ohne zucker schwarzer tee ohne zucker schmeckt bestimmt super schmeckt super weiß nicht trinkt ja nicht mal kaffee ohne zucker brüder aber kann ich mal gucken also ich bin bei den rebellen ich wechsle aber gleich wieder was los ich sag nicht dass sie auch bei den rebellen bin oh da ist ja gestorben ach die map kenne ich das ist dann gar nicht repetitiv gut ach du bist ein homo ich bin nicht gewechselt was 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 ich mache viel spaß natürlich natürlich sind die dämischen mpc schon nicht genug aber glaube ich bekommen ich bin ich sicher Das war's für heute. Ich schreibe das Gebiet! Entschneid das gerade ist. Tun sie nicht. Ich hab sehr wenig Munition. Ach! Tun sie nicht. Schießt weg. Noch eine. Ich sichere das Gebiet. Exportiere dich. Ich will nicht wissen, wüsste was ich machen müsste. Die Sequenz reparieren. Ah. Also Techniker. Lalalalalala. Ach ne. Schützen. Hä? Hat er mich bekommen mit dem Kopfschuss? Ja und der Sniper. Ja. Soldat bereit! Dankeschön. Nachladen! Haha. Das ist doch einfach. Was ist das? Sorry. Ich hab mich selber exekutiert gerade. Schon. Gib mir Spritzi. Danke. Nö. Wie gut. Ah. Wie gut. Wie gut. Aufgestanden. Wieder hingelegt. War einfach zu müde. Das war... Ich bin schon mal hier. Ja. Ich bin schon mal hier. Ich bin schon mal hier. Ich bin fein gesaugt da hinten, das gibt es ja gar nicht, das gibt es gar nicht, das gibt es nicht. Geh doch mal down. Ah. Schön, schön. Na, warte, na, warte. Den kriegst du, den kriegst du. Komm schon, komm schon, komm her, 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 oh fuck, ich bin down. Nein, der Kumpel hat mich gerettet. Ah, du verdammter, du. Ich wusste, ich kann dich nicht auf lange Distanz kriegen, ohne Sniper. Ah, wie anstrengend. Einfach darüber gejumpen, einfach. Ah, nee. Aus, du mal ab. Alter, das ist doch voll. Ich hab irgendwas getroffen. Irgendwas hab ich getroffen. Am besten runter droppen. Ei, 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 ei. Oh. Techniker tot. Wenn der Saturn wüsste. Oh. Die sind krass drauf. Und ich weiß nicht, wo hier muss. Du hast schon 50 Mal davor gestanden. Die Aussage gilt nicht mehr. Doch. Ach. Mine. Die Wengs-Mine. Wo hat dieses Scheiß-Ding noch fünf Schuss, ey. Ah. Bin ich jetzt hier? Nein, tut sie nicht. Ach, fickt doch die Henne. Das ist der Scheiß-Kommandoposten. Nein. Vergiss es. Den kann ich drüber nach. Ja. Sag mal. Hast du ne Macke da oben? Hast du ne Macke? Hast du ne Macke? Du alter Verrückter. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Ich stehe wieder auf. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich klatsch euch alle weg. Du wirst ja nichts machen. Und auf. Oh, was? Was? Oh, so gut, so gut. Vor allem, wie wir einfach mal gleichwürdig sind. Alle drei Sekunden weg. Fünf Sekunden, leider. Vor allem, wie die NPCs einfach mal nichts schaffen. Aber auch gar nichts schaffen. Wirklich wahr. Ich muss diesen... Ficken. Oh, das war dein Scheiß-Geschütz. Leco mio. Oh, das warst du. Wo warst du? Sauber, Hedgehardt. Im Laufen. Wo warst du? Oben war es? Da. Ich war da. Wo? Na da. Kumpel-Freund. Hopp, hopp, hopp. Ja, wir haben verloren. Also ich. Ich muss sagen, das ist schwieriger auf dieser Seite. Du bist immer im Kreuzfall, egal wo. Ja, da kommt keiner. Ich, äh... Ohne mal. Oh, die stehen hier alle im Spawn. Was ist hier, Leute? Was soll das? Da stehen so 50 Leute erstmal rum, weißt du? Oh, die sind hier alle im Spawn. Was ist hier? Hatten er. Oh! Oh. Oh. Der Nass hat mich erwischt. Nice spawn. Komm schon, komm schon, komm schon. Die haben keine 10% die letzten 3 Minuten bekommen. Wie ging das? Wie verrede ich eigentlich? Kobe. Ja. Gott, diese Blendgranaten, ey. Ich färb nochmal wahnsinnig. Da steht schon wieder so ein Scheißgeschütz. Was ist da los? Komm auf. Ah. Ja, immer mit der Ruhe, NPCs. Kein Problem. Machen wir. Machen wir. Der nur Ravado. Nowak. Nowak, Nowak. Ich zuwechsel in Norbert. Hallo? Bitte nicht in letzter Sekunde. Warum stirbte man denn nicht? Ey, 30 Schuss sind so viel. Was sieht denn los? Zu viel overpowered. Stirb nicht. Genau. Zu viel geschossen. Was für Bullshit. Boah, das war aber ganz knapp, ey. Gut eingeheizt. Gut eingeheizt. Dude, wir haben es 3 Viertel zwölf. So langsam reicht's. Ich hau auch mal ab. Oh. Ja. Ihr habt gewonnen. Wow. Nice. Auf periods. Verstecker.